Aufnehmen und abhauen. Ja, dann mach. Oder wir töten einfach Viecher. Ja, töte es ihm aus. Dann kann man Level farmen. Dann komme ich nicht runter. Nee, das ist nicht bei den Endern dann wieder. Halt, ich könnte mir da nichts aufnehmen. Das ist ja nur das Opfer aus. Weißt du, Transformers? Das könnte schon wieder neuer Transformers raus. Oh yeah, ich leg mich mit Creepern an, man. Bitte! Oh yeah. Fügt deinen Kameraden Schaden zu. Kameraden Schaden? Das reizt... Oh, das war knapp. Ihr könnt nix, ihr Zombies. Du Babyzombie kannst was. Also stirbt du. Der Skelette hat den Zombie angeschossen. Ich will gucken, was passiert. Ich find Skelette scheiße. Vor allem, dass die... Alter! Wo kommen die ganzen Babyzombies her? Aus den Gedärmen Mittelerdes. Aus den Gedärmen Mittelerdes? Wusstest du eigentlich, dass wenn... Schweine vom Blitz getroffen werden, dann fickt man Zombies? Das stimmt gar nicht. Doch. Nein. Das stimmt nicht. Töten wir den Enderman! Töten wir das Skelett? Du hast mich gerade angreift. Schaffst! D- Scriba Busche! Oh yeah. Ich find's macht Spaß zu kämpfen. Du auch. Haha, das war der Tennisball-Effekt. Du kannst mir nix, Creeper. Creeper sind voll underpowered, die können nix. Ich guck mal ein paar Endermänner an, die können was. Die sehen mich nicht. Die sind zu hässlich. Komm, wir gucken, ob hier irgendwo Hexen sind oder dann töten wir sie. Die sind Hexen, Jungen. Ganz wieder. Wo? Da hinten im Wald. Wo denn? Ich seh sie nicht. FIATCH! Haha, wie geil war das denn? Episch. Erfahrung mitnehmen. Wo sind die Hexen? Ich will töten. Die Hexe war hinten. Was ist da? Pah! Hm, pah. Pah-pah-pah. Bah-pah-pah. Baba-aba. Bababa-baba. Bububu. Alte! Ich... Bin ein... DOKHEST KIND! Freddy! Freddy! DOKHEST KIND! DOKHEST KIND! Dummes, dummes, dummes Kind. Dummes, dummes Kind. Dummes, dummes Kind. Dummes, dummes Kind. Dummes, dummes, dummes Kind. Aua! Ich hab' weh getan! Do you have election? Yes, every morning. Ich hab' übrigens was erfunden aus dem Haus. Komm' jetzt mit, Yannis. Oder hast du den Ofen, ähm, das Zeug rausgenommen? Ja. Echt? Ja. Auch die Kohle? Ja. Okay, dann gehen wir. Ähm, ich hab' was noch nicht erfunden, gell? Was denn? Statt, wo? Statt Doberkin, Doppelkin. Doppelkin? Doppelkin? Doppelkin. Doppelkin. Oh, Doppelkin. Doppelkin, Doppelkin. Du bist ein Pferdeskin. Alter, ich hab' schon 58 Leder. Wo bist du? Pferde! Ganz viele! Schön. Komm, wir gehen hin. Wo bist du hier schon wieder? Hier, ich seh' dich! Da, hier. Du siehst mich so schlecht wegen den Bäumen. Aber weißt du, ich hab' schon wieder diese Pro-Junk-Probleme. Ja. Ich aber auch, wenn du ein Deckstrad. Ja, bei mir auch. Das liegt wohl an deinem Server wahrscheinlich. In der Festplotte. Ist deine Festplotte voll? Hier sollt's nicht voll sein. Nein, deine! Also die, wo du eingeschickt hast. Wieso? Keine Ahnung. Alter, Pferde! Was killst du die? Ich kill die doch nicht. Ich hab' sie nur gesperrt. Nein, gar nicht. Außerdem bringen die Leder. Stimmt. Wieso? Ich hole mein Tagesschwert raus. Ich will Savanne! Nämlich Dorn-Savannen! Wie unser... Alter, man sieht nicht mal Wüsten. Ich mein, wir sind noch nicht an einer Wüste gewesen. Nämlich. Nämlich. Irgendwie ist das grad Quank. Quank? Oh, ein Wolf stötet ein Schaf. Hast du Knochen? Ja, zehn Stück. Dann hol dir Hunde. Wie viele? Hier sind Wölfe. Wölfe. Hol sie dir. So viele wie geht. Wie bist du, bist du? Hier. Oh, da ist ein wütender Hund. Die lass' ich lieber. Die sind alle wütend. Guck euch. Die Knochen immer. Oh, yeah. Hol dir noch einen. Das war die. Das war die. Das war die. Das war die? Ja. Guck mal, hol den Hund. Links. Rechts. Was? Hallo. Samstag gib dich. Ey, gib mir mal die Knochen. Ich will auch einen Hund hier haben. Warte, ich geb dir dafür eine Ender-Perle. Vierer-Tausch, ne? Ja. So, wo bist du, Wolfi? Tchack, 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 tchack. Oh, yeah, ich hab einen! Und es sind noch zwei Knochen übrig geblieben. Janis, kannst du das Holz hier aufnehmen? Nö. Ich bin auch voll. Ja. Du bist voll. Ja. Okay, geh mal weiter. Wirf so sinnlose Dinge wie... äh... ...einen Eichensetzling weg. Alter! Alter! Alter, das ist Köter. Fick dich. Das ist mein Köter. Du hast mich geschlagen deswegen. Töte ihn nicht! Wenn er mich angreift. Fick dich! Glaub wie ich sterbe! Ich bin tot, quasi. Ich hab nämlich schon ewig nichts mehr gegessen. Ich hab die Knochen wieder! Ja, du kriegst die zwei Knochen. Musstest du das unbedingt tun, du Idiot! Ja! Ja! Ah, ich sterbe! Ich hab noch ein halbes Leben! Halbes Leben, du! Alter, wie ich so geschrien hab. Alter, mach keinen Mist mehr! Nee! Siehle! Siehle! Ich werde sterben, ich sag's dir. Ich hab auch keinen Mist mehr. Wie viel Leben hast du jetzt mal? Jetzt hab ich noch zwei. Fick dich, ein Pfeil zockt zwei Leben. Ich hab keine drei mehr. Na gut, dann ist jetzt Payback-Time. Macht Spaß. Komm, wir müssen mal zu irgendwas kommen, Yannis! Ja, dann lauf! Ja, wir lauf! Ich lauf ja. Ich bin hinter dir. Ach, wir sind schon wieder in so nem fucking Birkenwald. Es kommt nie irgendwas! Ihr seid hinter uns! Wartet hier, Heldmann. Komm jetzt! Ich bin doch da! Ich bin doch da! Ich lausche der wundervollen Minecraft-Musik. Diese fucking Minecraft-Musik! Scheiße! Nee, das ist halt nicht die coole. Es gibt mehrere geile Minecraft-Musik, die ich richtig cool finde. Aber die geht gar nicht, die ist scheiße. Welche? Diese... Wo wisst ihr schon wieder? Da, du läufst in die richtige Richtung. Weiter. Noch ein Stück? Sehr gut. Ja, sehr gut. Komm, gehen wir weiter. Oh, Kühe! Schlachten, 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 Schlachten! Können wir hier mal zurückgehen? Nee, wir müssen doch das Zermatenbindung finden. Und das Holz mitnehmen. Nur darum geht's mir, um dieses Holz. Weil wenn wir das dann gemacht haben, dann müssten wir nie wieder so'n Mist suchen. Ist nur sehr wichtig. Oh, Wüste, Wüste, Wüste! Ist das Wüste? Oh, was Wüste? Ich seh's nicht. Wo ist ne Wüste? Hier, dahin, wo ich guck. Ja, wo guckst du? Wo bist... Weißt du nicht, wo ich bin? Nein. Komm, jetzt! Alter, hier ist hier ne Wüsteninsel. Wo bist du? Wo bist du des Crabidisches? Warte mal. Wetter, 100%! Ich brauch doch kein Wetter. Was macht Wetter? Ist der Wetter-Sound. Ah, ich seh dich. Ist der Wetter-Sound. Oh, da unten ist ein Minenstoll. Lüge, da kann man den Wetter-Sound ausstellen. Echt? Das ist ja das Geilste. Gell? Wo ist das Minenstoll? Dann mach ich den generell aus. Unter der Erde. Ich muss... Wo bin ich denn? X-Ray. Ja, genau. Ich hab meinen X-Ray. Wetten, ich könnte das nicht mehr installieren. Ja, nicht so kompliziert. Und außerdem geht's nicht. Ich versuche es. Wozu will ich das auch haben? Weißt du, dann könnte ich auch cheaten. Eben. Wäre doch Daymelik. Nee, das ist nichts. Gehen wir auf DCS. Janis? Janis? Ich schau jetzt mal auf die Koordinaten. Alter, sind wir weit gelaufen. Alter! Alter! Janis, wir gehen zurück. Ich komm auf die Karte. Zeig mal! Wir sind da. Irgendwo hier. Ingefähr. Dann gehen wir da lang. Sehr nice. Oh yeah. Ich vor allem ohne Rüstung. Du bist jetzt der Korrektheiter. Du hast keine Rüstung? Du hast keine Rüstung? Ich kann dir eine machen. Oh scheiße, ich hab meinen Hexe ab und es ging gar nicht drin. Ich weiß. Da ist eine Hexe unten gewesen. Da ist sie hier im Untergrund. Das sind jetzt also normale Mobs, diese Hexen. Aber wir gehen so umwegmäßig nach Hause. So dass wir noch so Akazien finden. Hier lang. Ach du Scheiße. Napoleon mäßig mache ich gerade so eine Pose. Soll ich ein... Ey, oder ich brauche ein Boot? Komm Korn, ich will uns kurz ein Boot. Komm zurück. Ey, wieso sollen wir denn da lang gehen? Das ist doch scheiße. Weil hier nur noch Wasser ist. Ja, ich sehe das ja nicht. Warte, ich baue ein Boot, gell? Nein, wieso? Da gehen wir nicht lang. Ich mache das gar nicht mal mit dem Ausrad. Jetzt mache ich es mit dem Ausrad. Was ist das denn mit dem Ausrad? Ne, ich mache das nicht mit dem Ausrad. Ne, ich finde das doof. Ich mache das immer mit den Tassen. Was ist denn mit dem Ausrad? Viel besser. Ne, ist nicht viel besser. Das ist scheiße. Du bist scheiße. Ja, 90% macht es mit dem Ausrad. Das ist total ein Mist, wenn das hier... Das ist... Da weiß man gar nicht direkt, was man will. Ich weiß zum Beispiel, dass ich auf der 2... ... immer meine Spitzsack habe. Und auf dem 1 immer mein Schwert. Und dann kann ich immer so machen. Direkt mit dem Ringfinger das umstellen. Oh, ich glaube, ist das hier Wüste? Ne. Das kann man ja auch mit der Maus machen. Mausrad. Ne, da muss man... Man muss so durch die Dinger scrollen. Das ist ja scheiße. Da... Da... So weiß... Habe ich es direkt. Und zwar viel schneller als mit dem anderen Mist. Ne. Doch. Nein. Doch. Nein. Doch, Ernest. Doch. Mario. Wie flu ist es? Alter. Ne, es ist schon 20 nach. Sonst. Janis, du hast die Karte. Wo müssen wir jetzt lang? Ähm. Nach oben links. Und wie ist das von uns aus gesehen? Keine Ahnung. Guck, ich bin doch aus der... Wir sind doch aus der Karte draußen. Die Karte zeigt nach Norden, oder? Keine Ahnung. Stimmt's. Dann gehen wir nämlich gerade hier nach Westen. Und das sollen wir ja nicht. Wir sollen nach Nordwesten gehen. Keine Ahnung. Ich... Ich... Ich sehe da nichts. Hier lang, Janis. Das ist nur ein Punkt. Hier lang, Janis. Ich muss halt beide abnehmen. Beide Koordinaten. Da... 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 Kannst nicht. Klar kann ich nicht. Hör jetzt auf damit. Das nervt. Doch wenn ich es mache. Da... 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 Da...